Hey Leute, hier sind wir auf der Unterbänding von den Two Epic Buddies und heute gibt es einen neuen Modus. Ihr seht schon, unten steht Allies King Health und Axis King Health und es sieht so aus, dass jedes Team einen King hat. Soweit ich das mitbekommen habe, den müssen wir töten, dann spawnen die Gegner nicht mehr. Oh Gott, da hat einer einen Todbringer einfach. Ja, ich sehe auch einen jeden Todbringer. Das ist der King von denen, okay. Dann ist schon mal so etwas, was die für eine Waffe haben. Sobald der Tod ist, können wir das gegnerische Team einfach komplett auslöschen. Aber das Schwierige ist halt erstmal, das Team zu töten. Erst hier, in dem Haus. Welchen? Äh, in dem Balkon. Okay, ich komme mal hin. Ist ja Richtung Brücke gelaufen, okay. Ich habe ihn schon oft angehittet. Ja, ich sehe es. Also wir sind die Allies auf jeden Fall. Oh, warte, der regeneriert Leben. Oh was, das ist ja unfair. Holy shit, ist das Schwierige. Oh Gott, warum müssen wir eigentlich so eine ekelhafte Waffe haben? Ich verstehe es auch nicht. Komm schon. Warte, der ist fast tot. Der ist hier irgendwo. Hier ist er. Der bekommt richtig hart Leben abgezogen. Der ist fast down. Komm schon, komm schon, komm schon, immer schön drauf. Er zieht durch. Nein. Das gibt es nicht. Wo ist er? Hier ist er. Er hat wieder alle Leben bekommen. Fuck, Mann. Warum hat er? What the fuck? Das ist ja richtig hart, Mann. Oh, er ist auf dem Emsponder. Ja, er bekommt richtig viele Leben abgezogen. Man muss sagen, er spielt das auch gut. Oh Gott, der schimmelt da hinten rum, Mann. Oh, er hat richtig wenig Leben. Er könnte da auch gehen. Nein, 52, komm. Nee, der wird geheilt, oder? Das ist halt keiner von uns. Er hat wieder alle Leben. Fuck, Mann. Wie viel lag kann man haben, Mann? Das wird so schwierig. Der muss halt auch full reingehen. Warte, wo ist unsere überhaupt? Ähm, der war irgendwo in der Mitte. Oh, der eine. Oh, ich habe den. Oh Gott, unsere ist fast down. Okay, er hat wieder alle Leben. Ich ziehe ihm richtig viel ab. Ja. Ich merke es. Komm. Ich komme. Er ist in der Mitte im Wasserfall. Ich springe ins Wasser rein. Komm, hinterher. Gib ihm Hit. Er hat wieder alle, Mann. Ey, das ist so unfair. Was sollst du da tun? Er ist im Wasserfall. Warte, wo ist unser Typ? Der andere ist noch im Wasser. Ich schieße richtig hart auf ihn. Oh, ja, ja, ich sehe es. Der geht gleich down. Was? 92 Leben in der Mitte. Bitte geht. Was? Ich habe ihm keinen Hit mehr gegeben. Er hat mich einfach gefehlt, Mann. Er hat wieder alles. Ey. Oh mein Gott, Mann. Jetzt, die müssen sich gegen... Oh, warte, die macht... Er geht wieder in die Hülle. Mhm. Drauf da. Er bekommt so viel Damage. Einfach drauf da. Warte, ich bin auch da. Oh mein Gott, der macht halt voll viel. 900 Leben. Oh, ich bin King. Oh. Nice. Nice. Also, ja. Das davor war anscheinend ein Bug. Man hat eigentlich gar keine Lebensregeneration. Ihr müsst mich covern. Ja? Covern? Ich bin in der Mitte. Ich bin ganz am Spawn. Okay. Und das ist eigentlich perfekt, weil ihr habt Haymaker, das heißt, ich kann die alle auf Range killen. Und ja... Oh, ich mache ihn richtig, David. Ja, nice, Mann. Und die regenerieren jetzt halt absolut keine Leben mehr. Das heißt, wenn der down ist, ist es vorbei. Oh Gott. Okay, ich bleibe hier einfach am Spawn gechillt stehen. Ich sehe da einen, der ist down. Ja, perfekt. Ich muss die halt einfach nur gechillt am Spawn töten. Aber das sollte gut machbar sein. Und ihr müsst hier... Ich habe gerade keine Ahnung, wo der ist. Oh, der ist bei mir! Was? Ich muss nachladen? Genau. Die muss man auch nachladen, die Waffe. Ja, wie lange lädst du denn nach, Kollege? Ich werde hier abgeballert wie sonst was. Ja, ich komme rüber. Aber wir spawnen alle auf der anderen Seite. Die haben den Spawn flippen lassen. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so weak schon. Mhm, ich sehe es. Aber der andere auch. Ich spawn... Oh lol, alle Gegner spawnen halt bei dir, what the fuck. Ja, Mann. Ich war mitten im Gegner spawnen. Ich lade mal nach. Jetzt habe ich die Zeit dazu. Nein, schon wieder dasselbe, Mann. Was soll ich denn tun? Okay, weil der andere hat auch nur noch 600 Punkte. Ja. 300 ist fast down. Ihr müsst ihn zerstören. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe nur mit 1100. Komm, zerstör ihn. Ich bin im Tunnel. Okay, perfekt. Im Tunnel kann man nice gecovert werden. Ja. Der ist gleich down. Der eine ist gleich down. Ja. 120 Leben, das schafft ihr. Das schafft ihr. So, ich habe aber keine Ahnung. Nice, nice. Nice, nice. Ich habe den. Turbo hat irgendeinen Klatsch. Also, ich würde sagen, die Runde geht an uns. Ja. Ich habe mich gut geschlagen als König. Ich habe nicht verkackt. Jetzt bin ich gespannt, wer die nächste Runde mal der King ist. Okay, ich kann sogar schon laufen, was? Okay, alles klar. Hier läuft. Stuhl, 8 gegen was? Wer war der andere? Ich weiß es nicht. Okay, diesmal sogar mit einer anderen Shotgun. Benny hat die KM eingestellt. Ich bin mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Und bei uns ist Taze fit, der King. Ja. Ich gehe auf jeden Fall auf Attacke. Ja, ich auch. Unser Mate ist mitten in der Mitte. Ja. Mit der B-Flagge. Und ich glaube, der andere ist ganz, ganz... Oh Gott. Die Waffe, Mann. Der ist auf unserem Balkon. What the fuck? Was? Ja. Ich sehe es. Oh mein Gott. Damage. Oh. Oh. Hä? Hä? Ja, der war gerade im Wasser. Okay, wir sind noch ein Kopf von Kopf. Rennen alles drin. Ich bin direkt hinter ihm. Ich habe jetzt eine B-A-M. Ja, das hat funktioniert. Ich wollte doch mal lieber verwechseln. Sobald man stirbt, hat man eine B-A-M. Lächerlich. Oh, ist schön von hinten abgeballert werden. Nice, Mann. Ich weiß nicht, ob er im Wasser ist. Wir gewinnen. Ja, er ist im Wasser. Wir rocken was. Okay. Ich habe ihm so viele Hits gegeben, Mann. Schluck Specht 2000. Ich bin auch im Wasser, ich sehe ihn noch nicht. Er ist im Haus, er ist im Haus. Fuck, ich habe richtig Hits gespielt. Gott, was der schluckt. 155, erst down. Oh. Das ging schnell. Die Runde geht an uns. Oh, jetzt wird es auf jeden Fall interessant. Jetzt spielen wir das Ganze mit der Bungee. Oh ja. Man muss den Typen, glaube ich, jetzt 25 Mal mit der treffen, oder? Ein Schuss macht 100 Damage, kann das sein? Ich weiß nicht. Wird interessant, mal gucken. Muss fast sein, weil ich glaube, man hat einen Schuss überlebt, wenn man einen Ball in der Hand hat, der von Ablenk. Und der hat einen Totbringer, das heißt, ja gut. Ich habe ihn gehittet und 101 Schaden macht man. Okay. Wo ist der? Wupp. Es wird so unmöglich mit der. Versuch von hinten zu kommen. Ey, es ist so schwierig mit der zu treffen. Es ist unmöglich, eher gesagt. Da ist er. Nein. Oh, ich habe ihn gehittet. Nein, ich hitte nicht. Er muss nachladen. Nein. Oh, ich habe ihn auch. Ich boxe ihn. Was? Oh mein Gott. Was? Oh nice. Zwei Hits hast du bekommen. Ah, der kommt auch. Ich habe ihn nochmal gehittet. Gott, er ist hier. Oh Gott. Ich boxe ihn. Ja, ich sehe es. Ey, der ist so down. Der ist so down. Komm, ich muss nachladen, Fackmann. Er muss auch nachladen. Guck mal, wie er wegkastet. Weil ich habe ihn so hart gehittet. 50 Leben. Ein Hit oder ein Schlag. Irgendwas. Ey, der hat so kassiert. Aber unsere Recken auch. Oh, zum Glück. GG. GG. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal die D13 Sekte, wie das dann ausgeht, oder? Okay, let's go. Das war jetzt echt krass. Oh, die Hitbox. Oh, ich bin's. Oh, nice, nice, nice. Wo bist du? Ich bin rechts hinten auf der Brücke. Was? Oh, ist schon vorbei? Der war One-Shot, ich wette auf alles. Was? Macht das wirklich so viel? Als ob der jetzt wohnt? Nee, er hatte 500 Leben. Das macht dann richtig viel Damage. Guck. LOL. That shot. That shot. Krasseste Killcam ever. WTF. Ein Schuss macht 2000 Schaden. Komm, noch so eine Runde mit der Waffe. Oh ja. Ey, das ist ja krass, Mann. Da muss er echt aufpassen. Wo ist der gegnerische, ist die Frage. Ich weiß nicht. Was? Wir haben uns verloren. Fuck. Oh, in den Kopf. Oh, du bist es wieder. Oh, was? Okay. Du? Warte, nee, Brian. Ich dachte, ich bin's gegen dich. Okay, ich bleib hinten am Spawn. Ja. Ich rush nach vorne. Ja. Ihr müsst ihn irgendwie treffen. Ich vertraue euch. Ich kann mich hier nirgends... Man kann sich mit der Waffe nicht hinlegen. Fuck. Aber wer guckt da hinten? Niemand. Ja, stimmt. Er hat nur noch 500 Leben. Nein, er ist down. Ich will's sehen, Mann. Was? Oh, lol. Da kommt er wirklich wieder ins Gesicht. Mann, ey, mit dem Disc-Teil ist das so geil. Die Leute sind ready für die Action, Mann, mit dem Ballistikknife. Oh ja, ich bin gespannt, wie viel Damage das Ding macht. Ich denke mal wieder 101. Ich glaube auch 101. Ich gehe jetzt mal über hier links. Ich gehe über die Brücke wieder. Direkt nach hinten. Ich glaube, der wird wieder hinten campen. Hat er auf jeden Fall... Warte. Ich glaube, er ist in der Mitte, oder? Ja, ich höre ihn beim Haus. Er ist ins Haus, glaube ich, rein. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Wo? Ein anderer Knife-Runner. Nein! Sind die alle down? Gut. Wo sind? Was? Oh Gott. Ich habe es so kassiert. Er ist da unten, na klar. Er ist hinten. Ihr bei uns am Spawn. Okay. Nein! Nein! Ich treffe ihn nicht mit dem Knife, Mann! Ich auch nicht. Nein, er weigert mich. Wie viel Damage macht das jetzt eigentlich? 250? Ich... Ja, 250? 300? Hä? Sieht immer unterschiedlich viel ab, oder wie? Ich will ihn nicht. Ich muss nachladen. Ja, ich treffe ihn nicht. Warte, ich gehe von der anderen Seite. Ich treffe ihn nicht. Ich auch nicht. Nein! Wie konnte ich da nicht treffen, Mann? Das war so ein Easy Shot für uns. Nein! Ey, ich habe keine Chance gegen den Typen. Teilweise so ein No-and-Aim, Mann. Ja. Unglaublich. Oh, er geht fast down. Hä? Der bekommt... Er ist down. Ich habe uns hat ihn getötet. Ach so, der hat sich gegenseitig abgeballert. Nice, Mann. Oh Gott, ja. Da sieht man es. Ja, nein. Ich würde sagen, das war es mit dem neuen Modus. King Protect ist natürlich eine Mod, also das gibt es nicht in einem Public Match. Wäre aber eigentlich relativ geil mit so random Waffen, so einem König verteidigen. Wäre interessant. Auf jeden Fall hoffen wir, Leute, dass das Ganze euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen. Oh, Benni, hast du noch was? Nee, bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.